Miete dir einfach ein Auto für ein paar Stunden oder Tage per App mit Miles. Wie das genau funktioniert, was noch alles damit möglich ist und was die Konditionen sind erkläre ich dir in diesem Tutorial. Mit Miles kannst du über die App einfach Autos mieten für private oder berufliche Fahrten. Miles ist aktuell in 12 Großstädten in Deutschland verfügbar und bietet Autos in der Klasse S, M, L, XL und Premium an. Dazu zählen auch Kleintransporter bei XL oder Elektroautos wie ein Tesla bei Premium. Preislich kommt es immer darauf an, was für eine Klasse du buchst. Hier zahlst du standardmäßig pro Kilometer und eine Entsperrgebühr. Wenn du das Auto zwischendrin parkst, aber die Fahrt nicht beendest, zahlst du einen Minutenpreis. Tanken kannst du meistens an den unterstützten Tankstellen kostenlos. Wir sehen die genauen Konditionen immer direkt auf einen Blick, wenn wir das Auto auf der Karte auswählen, bevor wir es buchen. Benötigen wir ein Auto für mehrere Tage oder längere Strecken, können wir uns auch Tagestarife mit inklusiven Kilometern direkt buchen, wo beispielsweise die Parkgebühren entfallen. Fahren wir häufiger mit Miles, lohnt es sich auch einen Miles Pass zu buchen für eine monatliche Gebühr. Dort haben wir einmal den Silberpass, wo wir 50% der Entsperrgebühren sparen, sowie 10% auf den normalen Kilometerpreis, Tagestarife und Parkminuten. Wir erhalten auch kostenlose Reservierungen und Rabatt auf die Flughafengebühr sowie City-to-City-Gebühr. Denn wir müssen mehr zahlen, wenn wir die Autos am Flughafen abstellen oder in eine andere Stadt fahren und es dort abstellen, falls die Stadt zu den Geschäftsgebieten von Miles zählt. Diese Gebühren sehen wir auch direkt beim Auto buchen. Neben dem Silberpass gibt es auch noch den Platinpass, wo wir höhere Rabatte erhalten und beispielsweise gar keine Entsperr-, Flughafen- oder City-to-City-Gebühr zahlen müssen. Die Abos gibt es im Monats- und Jahresabo. Wir können auch unser Miles Konto direkt mit Guthaben aufladen, wo wir auch bis zu 15% sparen können, wenn wir 100€ direkt aufladen. Generell können wir alles mit PayPal oder per Kredit- oder Debitkarte bezahlen. Wir können in einem Account auch ein privates und berufliches Profil einstellen, sodass wir es für beide Fälle nutzen können. Du kannst Miles auch als Fahranfänger nutzen, wo du aber nur Autos aus dem S-, L- und XL-Tarif nutzen kannst und eine zusätzliche Gebühr von 9€ pro Kalendermonat zahlen musst, wenn du mindestens eine Fahrt im Monat machst. M- und Premium-Autos können nach 6 Monaten genutzt werden und die Zusatzgebühr entfällt nach 12 Monaten. Für die Premium-Autos musst du auch mindestens 23 Jahre alt sein. Um Miles nutzen zu können, müssen wir als erstes einen kostenlosen Account erstellen. Das geht direkt in der App. Die App kannst du dir einfach über den ersten Link in der Beschreibung aus deinem App Store herunterladen. Starten wir die App das erste Mal, müssen wir unseren Standort freigeben, was für die spätere Autofindung und Entsperrung relevant ist. Jetzt können wir uns mit einem bestehenden Account anmelden oder uns neu registrieren, falls wir noch keinen haben. Hier müssen wir dann unsere E-Mail-Adresse hinterlegen und ein Passwort festlegen. Auch unsere persönlichen Daten wie Namen, Geburtstag und Adresse müssen wir angeben, welche richtig sein sollten, da wir später auch noch unseren Ausweis verifizieren müssen. Als Verifizierungsmethode müssen wir auch unsere Handynummer angeben und bestätigen. Von unserem Führerschein müssen wir dann über die App auch ein Foto von der Vorder- und Rückseite machen, sowie ein Selfie, was mit dem Bild vom Führerschein abgeglichen wird. Das gleiche dann auch noch mit unserem Personalausweis oder Reisepass. Wir müssen all diese Informationen angeben, da Miles sicherstellen muss, dass du ihre Autos nur mit einem gültigen Führerschein fährst und du auch bei Schäden aufkommen musst. Im letzten Schritt können wir dann auch noch einen Promocode eingeben, wo du beispielsweise den aus der Videobeschreibung nutzen kannst, um kostenloses Guthaben zu erhalten. Sonst kannst du hier auch dein Miles-Konto direkt aufladen, was später in der App aber auch immer noch geht. Um Fahrten in der App starten zu können, müssen wir auch noch eine Zahlungsmethode hinterlegen, wo wir PayPal oder eine Kredit- oder Debitkarte angeben können. Abschließend müssen wir dann noch eine PIN für die Miles-App festlegen, welche wir zum Entsperren immer eingeben müssen. Das ist dafür da, um sicherzustellen, dass nur wir selbst unseren Miles-Account nutzen. Dort können wir auch Touch- oder Face-ID nutzen, wenn wir es bequemer haben möchten. Jetzt ist unser Account erstellt und wir können Miles nutzen, sobald unser Account freigeschaltet ist. Das sollte in den meisten Fällen innerhalb von wenigen Minuten passieren. Haben wir uns in der App eingeloggt und unser Account wurde freigeschaltet, sehen wir direkt unseren aktuellen Standort und welche Autos gerade um uns herum verfügbar sind. Die roten Bereiche auf der Karte bedeuten, dass wir hier kein Auto abstellen dürfen und auch nicht parken. Generell dürfen wir das Auto nur innerhalb der unterstützten Städte abstellen, welche auch hell auf der Karte sind. Ist uns die Karte zu unübersichtlich, können wir eine Liste mit den verfügbaren Autos in unserer Umgebung am rechten Rand öffnen. Wählen wir ein Auto aus, sehen wir direkt, um welches Auto es sich handelt und am Symbol auf der Karte, aus welchem Preistarif von Miles. Hier sehen wir dann auch alle Kosten für das genaue Auto aufgelistet, wie viele Sitzplätze es hat, was getankt werden muss und können auch weitere Fahrzeugdetails aufrufen. Scrollen wir weiter runter, sehen wir auch, was die Gebühren sind, wenn wir es an den nahegelegenen Flughäfen abstellen und ob wir es auch in einer anderen Stadt abstellen können und wenn ja, in welchen. Möchten wir das Auto länger buchen, können wir auch den normalen Tarif ändern und dann den gewünschten Tarif für das ausgewählte Auto und Zeitraum buchen. Auch wie viel Reichweite das Auto mit der aktuellen Tankfüllung hat, sehen wir hier auch direkt und können einfach zwischen unseren Zahlungsmethoden vor der Buchung switchen. Haben wir uns für ein Auto entschieden, können wir dieses direkt auswählen, wofür wir am Auto sein müssen. Wenn wir noch zum Auto laufen, aber nicht möchten, dass es von jemand anderem vorher gebucht werden kann, können wir es auch reservieren. Die ersten 10 Reservierungen im Monat sind kostenlos und die Reservierung gilt standardmäßig für 10 Minuten. Diese können wir aber auch verlängern, falls wir länger zum Auto benötigen. Sind wir dann beim Auto, können wir das Auto entsperren und die Fahrt beginnt. Vor der Fahrt können wir auch noch eine Protection Plus aktivieren für eine kleine Gebühr, mit welcher wir bei Schäden die Selbstbeteiligung senken können. Jetzt können wir normal mit dem Auto losfahren. In der App sehen wir während der Fahrt, wie lange wir das Auto schon nutzen und wie viele Kilometer wir bereits gefahren sind. Dort können wir auch den Tarif wechseln, falls wir lieber einen Stunden- oder Tagestarif für die Fahrt auswählen möchten. Möchten wir eine Pause während der Fahrt machen und das Auto parken, können wir einfach nach dem Aussteigen einen Zwischenstopp anklicken und dann wird das Auto verriegelt. Je nach Tarif fällt dann die Parkgebühr pro Minute an. Zum Weiterfahren einfach das Auto wieder entsperren über die App. Falls der Tank leer ist, sollten wir zu einer Partner Tankstelle fahren, welche uns auf der Karte angezeigt wird. Dort wählen wir dann in der App tanken aus, wo wir dann direkt unsere Zapfsäule angeben und wir sehen, was wir tanken müssen. Sobald wir fertig mit dem Tanken sind, wird es in der App meistens direkt erkannt und wir müssen nicht bezahlen gehen. Wollen wir die Fahrt beenden, müssen wir im Geschäftsgebiet von Miles das Auto abstellen, auf einem Parkplatz, auf dem man stehen darf. Falls das Auto unseretwegen im Nachhinein abgeschleppt wird und wir die letzten Fahrer waren, müssen wir das bezahlen. Haben wir das Auto verlassen, können wir die Fahrt in der App beenden und wir erhalten eine letzte Übersicht von der Fahrt. Hier sehen wir, wie viel sie schlussendlich gekostet hat und es wird von unserer ausgewählten Zahlungsmethode abgezogen. Alle unsere beendeten Fahrten finden wir auch nachträglich im linken Menü unter Fahrten. Dort sehen wir auch nochmals alle Details und können eine Rechnung herunterladen. Hier sehen wir auch, wo wir das Auto abgeholt und geparkt haben. Haben sich persönliche Daten von uns geändert, können wir diese im linken Menü unter Account anpassen. Dort sehen wir auch unsere Zahlungsmethoden und können diese verwalten, sowie beispielsweise auch einen beruflichen oder privaten Account bei Miles erstellen, falls wir das bislang noch nicht gemacht haben. Ob wir über Werbeaktionen informiert werden wollen, können wir hier auch festlegen und den Status von unserem hinterlegten Führerschein und Ausweis überprüfen. Im linken Menü sehen wir oberhalb auch immer direkt, wie viel Guthaben wir noch in unserem Miles Account haben und können dieses auch aufladen. Unter Wallet können wir auch alle Rechnungen von unseren Fahrten oder Zahlungen einsehen und herunterladen, was bei der beruflichen Nutzung wichtig ist. Ganz unten im Menü können wir uns auch erneut das FAQ durchlesen, falls wir noch spezifische Fragen haben und uns aktuelle Promotionen von Miles anschauen, sowie alle Preise und Tarife. Jetzt weißt du, wie du einfach mit Miles ein Auto für deinen nächsten Trip bequem per App mieten kannst. Probier es jetzt einfach aus und profitiere mit dem Promo-Code aus der Beschreibung bei deiner ersten Fahrt. Für mehr Tutorials zu anderen Anbietern, wie Freenow kannst du gerne meinen YouTube-Kanal kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal!